Und wie wir hier hinkommen, Leute, das zeige ich euch gleich. So, und alles was wir dafür machen müssen, ist eine zweite Person zu organisieren, die das Ganze mit uns durchführt. Und zwar fliegen wir in Richtung E, oder laufen, fahren, schwimmen, ist wurscht. Anzeh vorbei, Richtung E, und dann suchen wir uns schon mal diese Brücke. Dort steigen wir aus. Wir legen uns ungefähr hier auf diese Stelle. Und schon kann jemand bei uns spawnen. Das ist in diesem Fall der Gysi. So, wie ihr seht, ist der Gysi jetzt unter der Map. Nicht zu erreichen. Start, Neueinsatz. Einfach bei eurem Buddy spawnen. Und ihr seid unter der Map. Warten wir diese 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden ab. Voila, wir sind unter der Map. Fakt ab, aber macht doch irgendwo ein bisschen Spaß. Volle Sicht zu D, E. Wenn wir wollen, können wir nach C, unter C schwimmen, Richtung B. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen. Ach da. Ah, weiter als hier würde ich euch nicht empfehlen. Sonst glitscht ihr wieder raus. Auf jeden Fall. Das war's Leute. Viel Spaß bei dem Glitch. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt in den Kommentaren. Bis dahin. Euer Mundry.